Wir wollen heute fortfahren weiter mit diesem Gedanken um Salbung. Es geht um die Salbung wieder, meine Predigtreihe. Ich bin jetzt gerade weiter in dieser Salbung. Was ist die Salbung für uns? Was bedeutet die Salbung? Und was richtet die Salbung in unseren Herzen aus? Wir wissen, dass die Bibel sagt, dass Jesus, er war gesalbt vom Geist Gottes. Als er damals in Nazareth auftreten ist und sagt, auf mir ist der Geist des Herrn. Er hat mich gesalbt. Und darum war er der Gesalbe, der Christus. Der Christus heißt der Gesalbe und er ging umher und heilte die Menschen, machte die Menschen frei von jeder dämonischen Abhängigkeit. Und darum ist er auch derjenige, der auch in Apostelgeschichte 10 wird gesagt, Gott hat ihn später gesalbt, wird auch gesagt. Und mich fasziniert immer die Salbung. Was ist die Salbung? Wozu brauchen wir die Salbung? Und was hat die Salbung ausgemacht? Damals im Leben von vielen, vielen Menschen. Und heute, was macht die Salbung in unserem Leben? Und ich will es wissen. Ich will es haben. Ich will genauso wissen, was tut die Salbung in unserem Leben, wenn sie da ist? Wie bewegt sich die Salbung in unserem Leben, wenn sie erfüllt? Oder den Plan Gottes erfüllt in unserem Leben? Und darum gehen wir weiter. Und ich habe aufgeschrieben oder die Predigt genannt, Gottesfurcht, der Schlüssel für die Salbung Christi. Gottesfurcht. Heute wird es um die Furcht Gottes gehen. Um die Gottesfurcht. Das ist so wichtig, meine Lieben. Das bewegt mich schon viele Zeiten, Wochen. Wie können wir heute in dieser Salbung lesen? Aber ein Punkt davon ist Gottesfurcht. Gottesfurcht. Und wisst ihr, von der Furcht Gottes wird mehr als 300 Mal in der Bibel geschrieben. Wir können uns vorstellen, Gott war das so wichtig. Also es heißt, die Salbung von dieser Gottesfurcht uns reinzuschieben. Dass es 300 Mal Gott benennt und sagt, mehr als das, dass wir nach dieser Salbung streben sollen. Nach dieser Salbung. Und es heißt im Griechischen das Wort Furcht. Es heißt Phobos. Kennen wir das? Phobé, je und alle, was daraus entsteht. Phobos und Phobo, e. Und es kann auch bedeuten Angst, Respekt, Achtung, Gottesfurcht. Und das ist alles in einem Wort. Wenn wir im Griechischen lesen, im Neuen Testament, das Wort Phobos. Und es ist nicht so, dass Menschen sich fürchteten sehr vor Gott. Aber sie hatten Ehrfurcht. Das Wort kann man mit verschiedenen Wörtern übersetzen. Aber nicht alle Ängste, meine Lieben. Nicht alle Ängste. Und nicht jede Angst ist schlecht eigentlich, oder? Nicht jede Angst. Zum Beispiel, jemand hat Angst vor einem Hund. Jemand hat Angst vor einer OP. Jemand hat Angst vor dem Tod. Jemand hat Angst vor der Krankheit, vor der Zukunft. Das ist nicht unbedingt sündig. Aber das ist der Schlüssel, was da im Garten Eden passierte. Oder die Auswirkungen von dem, was im Garten Eden passierte. Und da haben Menschen Angst. Da haben Menschen Fragen. Da haben Menschen wirklich, die wissen nicht, was da auf sie zukommen könnte. Und da haben sie Angst. Das ist nicht unbedingt sündig. Aber das ist das, was im Garten Eden damals passiert ist. Das ist das Ergebnis von dem, was da die Menschen getan haben. Die sündige Furcht aber treibt die Menschen von Gott weg. Und das ist jetzt ein Unterschied. Die sündige Furcht. Wo die Menschen damals gesündigt hatten, sind sie abgehauen von Gott. Und als Gott in den Garten Eden kam und er suchte nach Adam und fragte, Adam, wo bist du? Er sagt, ich habe dich gehört und tut mir leid, ich habe mich verkrochen, versteckt irgendwo. So ist das, wenn die Angst, die sündige Angst in das Leben von einem Menschen kommt. Es war bei Kain genauso, wie wir die Geschichte von Kain lesen. Da war Kain auch. Wirklich, er war erschrocken von dem, was Gott ihm gesagt hat. Er sagte so, und jetzt wirst du flüchtig sein. Gott hat ihn nicht vertrieben. Aber als Kain dann zu Gott spricht und sagt, du vertreibst mich. Und jetzt werde ich flüchtig sein. Und jeder, der mich findet, was tut er dann? Er kann mich töten. Er hat diese Angst bekommen und er wusste, Gott, er ist jetzt nicht auf meiner Seite. Weil Gott, er hasst die Sünde. Kain konnte zurückkommen und sagen, Gott tut mir leid. Würde Gott ihm vergeben, was meinst du? Dass er seinen Bruder ermordet hat. Wird Gott ihm vergeben? Ja, er wird ihm vergeben. Aber Kain, er war so stolz im Herzen und sagt, nee, Gott, du treibst mich weg und ich gehe jetzt weg. Und jetzt werde ich weg sein von deinem Angesicht. Aber Gott wollte es nicht. Gott wollte Gemeinschaft mit den Menschen. Und so seitdem sind so viele Kains unterwegs, so viele Adams unterwegs, die hauen von Gott ab. Nicht, weil sie Gott nicht lieben wollen, aber weil die Angst in ihrem Herzen da ist. Und die Angst treibt sie von Gott weg. Die Angst, die tut etwas im Herzen des Menschen. Und die sündige Angst, die treibt Menschen von Gott weg. Sündige Furcht ist die Angst des Ungläubigen, der sich fürchtet, als Sünder entlarvt zu werden. Diese Angst heißt Gottlosigkeit oder Götzendienst. Wenn diese Angst im Herzen des Menschen ist, das heißt, er ist gottlos. Er ist von Gott los. Die Angst treibt uns weg. Aber Gott ist die Liebe. Er will uns in seine Arme nehmen. Er will uns in den Armen. Er will sagen, ich bin da für dich. Ich bin für dich da, mein Kind. Ich habe alles gesehen. Ich will dich segnen. Und wenn du alles schief und krumm und schlecht gemacht hast. Ich bin da für dich. Komm zu mir. Und das ist, was Gott will. Und das ist, über was ich heute reden will. Ich will nicht von dieser Furcht reden, die die Menschen von Gott weggeführt hat. Ich will von der Ehrfurcht Gottes reden, die heute auch im Himmel stattfindet, auch hier stattgefunden hat und stattfinden weiter wird in unserem Leben. Wisst ihr, im Himmel ist ein großes Orchester, wenn man das sagen darf. Ich weiß nicht, was da abgeht. Ich weiß nicht, wie viele da Instrumenten sind. Ich weiß nicht, was da, wie viele Menschen da Gott anbeten. Aber da ist die Ehrfurcht Gottes. Da ist keine Furcht vor dem großen Gott, der auf dem Thron sitzt. Wenn wir die Offenbarung lesen, wir lesen, dass die alle Engelswesen vor Gott hinfallen und anbeten, ihn lieben. Die alle Cherubim, Serubim, die beten Gott an. Die Menschen, die wir haben gerade gesungen, die alle Generationen, die uns schon vorausgegangen sind, die beten diesen Gott an. Die haben keine Furcht. Meine Lieben, im Himmel gibt es keine Furcht. Im Himmel gibt es nur Ehrfurcht. Und wisst ihr, das ist, was heute sehr wichtig in unserem Leben sein sollte. Wisst ihr, wenn wir Gott lieben, dann werden wir ihn auch erfürchten. Wenn wir Gott erfürchten, dann werden wir ihn auch lieben. Das geht zusammen. Wir können Gott nicht erfürchten, wenn wir ihn nicht lieben, wenn wir ihn nicht kennen. Und wenn wir ihn lieben werden, werden wir verstehen, wer er wirklich ist. Wie viele Menschen sagen, ja, ich glaube an Gott. Aber die bringen ihm keine Ehrfurcht. Das ist kein Glaube. Das ist keine Liebe. Es ist wichtig, wenn wir ihn kennengelernt haben, dass wir verstehen, wer er wirklich ist und was er heute uns geben möchte. Aber in der Christenheit sind heutzutage zwei Lager. Die einen sprechen von der Liebe Gottes und vermeiden die Gottesfurcht. Wir können viel von der Liebe Gottes sprechen, nur dass Gott die Liebe ist und ich kann alles tun und machen. Nein. Während die andere Seite die Gottesfurcht betont und dabei die Liebe Gottes kaum wahrnimmt. Und das ist jetzt ein Lager, wo Menschen vielleicht, wir können vom Pferd auf beide Seiten fallen, meine Lieben. Wir können sagen, nein, nur die Liebe, Gott ist die Liebe, Gott hat uns Gnade geschenkt und ich kann tun und machen, was ich will. Nein. Die anderen sagen, Gott fürchte. Und da wird die Gemeinschaft so blockig, so konservativ, dass wir Angst bekommen von diesem Gott. Und die Angst ist nicht Gottes Prinzip. Die Bibel sagt, die völlige Liebe, die vertreibt die Angst. Und wenn wir Gott lieben werden von Herzen, da werden wir ihn nicht fürchten. Wie viele Menschen, wie viele Christen haben wirklich Angst sogar zu Gott zu beten, haben Angst mit ihm Gemeinschaft zu haben. Wisst ihr, die haben Angst in der Stille zu bleiben. Wir müssen immer beschäftigt sein mit vielen Dingen, aber wenn die Stille, die brauchen wir oft. Die Ruhe, dass wir Gott hören können. Und Gott hat so viel, was er heute mir und dir sagen will. Er hat so viel auf dem Herzen. Sein Herz ist voll mit Liebe zu uns. Wir haben oft keine Zeit in der Woche und gut, dass du reingesprungen bist oder reingekommen bist zum Gottesdienst. Bisschen später, wenn es okay ist, dass du da bist. Nicht, dass du da bist. Ich will, dass du jetzt zur Ruhe kommst und lernst auf die Stimme Gottes. Vielleicht brauchst du meine Predigt gar nicht hören. Hör mal, was Gott dir heute sagen will. Vielleicht ist das hier ein Ort, wo du zu Ruhe endlich kommen kannst. Weil du die ganze Woche unterwegs bist und hast keine Stimme Gottes gehört. Ich wünsche, dass du zur Ruhe kommst. Und wenn du zur Ruhe kommst, ich weiß 100 Prozent, dass Gott dir was sagen wird. Gott hat so vieles. Gott hat so vieles. Im Wort Gottes lesen wir oftmals von beiden Arten solcher Furcht. In einer Geschichte, eine sehr faszinierende Geschichte, in Matthäus 8, wird uns erzählt, Kapitel 8, 23 bis 27, lass mal anschauen. Da ist ein Sturm. Jesus führt über den See Genezer und die andere Seite. Da wird ein Mann, wartet auf ihn. Ein besessener Mann, voll. Dämonen sind da entnehmen. Und Jesus fährt über den See zu ihm, der einzige Mann, dem Jesus begegnen will, ihn freizusetzen und wieder zurückgehen. Einziger Mann. Und Jesus nimmt mit seinen Jüngern wirklich dieses Boot, er führt drüber. Und schaut mal, was da passiert ist auf diesem See. Und er trat in das Schiff. Und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen. Dann stand er auf und befahl dem Wind und dem See. Und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, wer ist dieser, dass ihm selbst die Wände und der See gehorsam sind. Schaut mal, das sind zwei Arten von dieser Furt. Das erste, als die Jünger den Wind gesehen haben, die Wogen, alles was da war, sie haben Angst bekommen. Und das ist normal, das ist natürlich. Ein Mensch bekommt Angst, wenn er eine Gefahr vor sich sieht oder in Gefahr gerät. Obwohl Jesus im Boot schlief, haben sie Angst. Es war schon ein Stück weit unterwegs, sie waren mit Jesus, sie haben schon so viel Wunder und Zeichen Gottes erlebt. Und jetzt ist Jesus hier im Boot, aber er ist müde, er ist eingeschlafen. Er war auch ein Mensch, wie du und ich. Er war 100% Mensch, aber er war 100% Gott. Und er ist müde gewesen und er ist eingeschlafen. Die Jünger haben so Angst bekommen und die weckten ihn und sagten, Jesus, bitte, wir kommen um. Und er sagt, hey, ihr Kleingläubigen, was ist mit euch los? Ich bin da, ich bin mit euch da. Warum habt ihr Angst? Und das ist das Erste, was Jesus auch dir und mir oft sagen will. Warum hast du Angst? Ich bin doch da. Ich bin doch dein Gott. Ich habe doch mir auch so auf dir bewiesen, dass ich Gott bin, dass ich dich raushole. Wenn du auch in einem Sack, als du stehst, an der Mauer und nicht mehr weiter geht. Ich bin Gott. Vertraue mir. Und das ist, ey, Kleingläubige, ihr Jungs, das geht nicht mehr so. Wenn ich bei euch bin, seid nüchtern. Seid mutig. Und als die Jünger das gesehen haben, was sie getan haben, der sagt, Wind und Wogen, Schluss, raus. Stille. Plötzlich. Ich glaube, du und ich werden mir genauso das fragen und sagen, wer ist dieser, der ein Wort gesprochen hat und alles ist still und ruhig geworden. Wer ist dieser Mensch, der hat sogar dem See gebietet und es wird stille. Und da kam die andere Furcht. Die heißt Ehrfurcht vor diesem Menschen. Und je mehr die Jünger unterwegs mit Jesus waren, je mehr sie mit ihm wirklich Dinge erlebt haben, merkten sie, dass es kein einfacher Mensch einfach so mit ihnen ein Rabbi, ein großer Rabbi ist. Er ist derjenige, der auf Wunder und Zeichen tut. Er ist derjenige, dem alle Ehrfurcht. Er ist er. Ich muss mal die ganze Ehrfurcht bringen, weil er etwas anderes sein sollte als der normale Rabbi. In ihm ist was, was plötzlich in die Anbetung führt. Und das ist die Ehrfurcht und die Furcht gleich in diesen Menschen, in diesem Abend, in dieser Nacht gewesen, wo sie erkannten, wow, da ist was, was wir jetzt mit unseren Augen anders sehen müssen. Wer ist dieser? Sie bekommen Ehrfurcht vor diesen Menschen. Und diese Geschichte zeigt uns, meine Lieben, dass wir unterscheiden müssen, was Furcht und was Ehrfurcht ist. Es ist eine menschliche, natürliche, lähmende Furcht, oft in unseren Herzen. Und es ist auch eine Ehrfurcht, nachdem die Jünger die übernatürliche Gotteskraft gesehen haben, die Ehrfurcht ist da gewachsen oder geboren in ihren Herzen. Und das müssen wir heute erkennen, was in welcher Furcht oder Ehrfurcht ich mich bewege. Was ist heute, was Gott mir wirklich bietet, dass ich in dieser Ehrfurcht leben kann. Und jede Furcht hat eine entscheidende Auswirkung für unser Leben, ob die oder jene. Und das ist jetzt wichtig. Ob die Ehrfurcht in unserem Herzen ist, wohnt, oder die Furcht. Diese eine von den zwei wird wirklich eine entscheidende Rolle in unserem Leben spielen. Wem gibst du dein Herz? Wem gibst du dein Herz? Willst du in der Furcht leben? Oder willst du in der Ehrfurcht Gottes leben? Das, was die Bibel uns sagt. Und ich will jetzt mit uns ein paar Gedanken angehen, was die Gottesfurcht heute oder damals schon in vielen Herzen bewegt hatte. Wie die Menschen gelernt haben, in der Gottesfurcht zu leben, was Gott ihnen da gegeben hat. Und was es für mich und für dich heute bedeuten sollte. Das Erste, mein erster Punkt, Gottesfurcht ist eine Gnadengabe. Damals an sein Volk Israel und die Furcht einer echten Bekehrung. Das ist eine Gnadengabe. Nummer eins, Gottesfurcht. Wir können nicht einfach sagen, so, ab jetzt werde ich Gott fürchten. Geht nicht. Ich muss wissen, wer dieser Gott ist. Ich muss mit ihm eine Begegnung haben. Ich muss verstehen, wer er ist. Nicht nur mit meinem Herzen, sondern auch mit meinem Verstand. Ich muss verstehen, was er sagt. Ich muss verstehen, was er zu mir gerade jetzt spricht. Und dann mein Herz muss es glauben. Und dann lesen wir mal in Jeremia, Kapitel 2, 30, wo Gott so oft zu seinem Volk Israel gesprochen hat. So vieles hat er ihnen gesagt. Und eines Tages hat er ein entscheidendes Wort zu ihnen gesprochen. Und er sagt, siehe, ich will sie sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie in meinem Zorn und Grimm und in meiner großen Entrüstung verstoßen habe. Bleibt mal gut stehen. Viele glauben heute, dass dieser Gott ein schrecklicher Gott ist. Dass er nur gewartet hat, dass wenn sein Volk jetzt irgendwas Böses getan hat, dass er auf den Kopf geschlagen hat und sie wirklich den Feinden preisgegeben hat. Nein. Er hat so oft, so viel zum Volk Israel gesprochen. Sie hat gesagt, kehrt um, kommt zu mir. Jeremia hat 23 Jahre in Jerusalem gepredigt und gesagt, kommt zu mir. Kommt, ich will euch wirklich Leben schenken. Und das Volk Israel ist immer weiter und weiter. Und da haben wir heute viele Fragen. Warum passiert heute so vieles in dieser Welt? Die Kriege alle, die wir hautnah erleben. Warum? Hat Gott die Augen zugemacht? Ist Gott egal, was in dieser Welt passiert? Kann er noch ein Wort sprechen und das soll aufhören? Gott kann. Und Gott will. Das will ich nochmal sagen. Gott will. Er will nicht, dass Menschen kriegen. Er will nicht, dass Menschen morden. Gott will, dass wir in Frieden leben. Aber Gott will unser Herz vor allem erreichen, dass wir verstehen, was es geht. Weil wenn wir gleich alles bekommen und sagen, so alles gut, wir vergessen wieder Gott. Dann sagen wir, diesen Gott brauchen wir nicht. Aber Gott will unsere Herzen. Und Gott will, dass wir lernen, dass wir, wenn wir unsere Herzen reinhalten werden, wird auch Frieden kommen. Aber wenn in diesem Herzen wieder Hass und Neid kommen wird, dann werden wir wieder und wieder morden, wieder, wieder hassen. Und das will Gott nicht. Und darum sind so viele Dinge in unserem Leben, die passieren. Und die Menschen verstehen es oft gar nicht. Warum und wieso. Aber hier auch sein Volk. Und er sagt, und ich werde sie wieder an diesen Ort zurückführen und sie sicher wohnen lassen. Und sie sollen mein Volk sein. Und ich will ihr Gott sein. Und ich will ihnen ein Herz und einen Wandel geben, dass sie mich alle Zeit fürchten. Ihnen selbst zum Besten und ihren Kindern nach ihnen. Schaut mal, was Gott hier sagt. Er sagt, dass sie mich eher fürchten. Ihnen zum Besten, ihnen zuguten und sogar ihren Kindern und Kindeskindern. Wenn wir das heute verstehen, meine Lieben, dass wenn wir Gott ehren werden, auch meine Nachkommen tief werden, unter dem Schutz, unter dem Segen Gottes bleiben. Und das ist, was Gott mit dem Volk Israel tun wollte, dass sie ihn wirklich eher fürchten. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohlzutun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Und damit ich mich über sie freuen kann, ihnen wohlzutun. Und ich werde sie einpflanzen, dieses Land, in Wahrheit. Mit meinem ganzem Herzen und mit meiner ganzer Seele. Wenn wir das heute verstehen werden, wie Gott zu seinem Volk ist. Wie Gott sein Volk liebt. Und wie Gott heute dich und mich liebt. Dass er alles getan hat, damit wir in dieser Gemeinschaft mit ihm bleiben. Aber das eine, was er will, dass mein Herz sich verändert. Wenn mein Herz böse bleibt. Wenn mein Herz das Gleiche, was immer in meinem Herzen war, bleibt. Gott kann mich nicht segnen. Wenn ich nicht gelernt habe, ihn zu fürchten, ihn zu ehren. Ich kann alles tun. Ich kann die Bibel auswendig lernen, wissen. Ich kann alles mein Wissen. Aber wenn ich Gott nicht in dieser Beziehung mit ihm bleibe. Wenn ich trotzdem flüchtig wie kein bleibe. Meine Lieben, Gott kann mich nicht segnen. Gott will in dieser Beziehung mit mir bleiben. Und darum spricht das, wie ich lerne, dass alles, was Gott mir heute gegeben hat, ist Gnade. Alles, was ich besitze, ist Gnade. Alles, was mein Glaube ausmacht, ist Gnade. Keiner hat es verdient. Gott hat dir und mir ins Herz reingelegt, dass ich aus Gnaden ihn heute erleben darf. Die Gnade hatte dich in seine Nachfolge gerufen. Du hast nicht eines Tages gesagt, so, und jetzt will ich Gott dienen. Ja, deine Entscheidung war, aber Gott hat zu dir und zu mir gesprochen. Und Gott sagt, ich will dich haben, mein Junge. Ich will dich haben, meine Tochter. Ich will dich haben, komm. Und sie sagt, ja, ich will. Aber das war alles Gnade. Das war alles Gnade. Die Gnade machte dich zu dem, wer du heute in Christus bist. Ein Sohn, eine Tochter des Himmels. Es hat Gnade, Gottes Gnade dir geschenkt, dass wir Hoffnung haben, dass wir nicht flüchtig sein müssen. Wir haben etwas. Wir haben ein Zuhause. Wir werden eines Tages hingehen. Wir werden dort sein. Wie viele Menschen sind heute unterwegs und haben kein Zuhause, wie auch ihr heute unterwegs seid. Und, liebe ukrainische Geschwister, alles verlassen, weil wir es mussten. Jemand hat es gewollt. Aber ich will euch sagen, ihr habt ein Zuhause, dass Gott für euch schon vorbereitet hat. Und das ist die Hoffnung, die wir heute haben. Das ist die Hoffnung, die wir heute haben, dass wir eines Tages nach Hause kommen. Wir werden hier unterwegs sein. Wir werden heute vielleicht kein Zuhause finden. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du weißt, dass dein Name im Himmel angeschrieben ist, dann hast du ein Zuhause. Amen. Dann hast du ein Zuhause. Das will ich dir nochmal ans Herz legen. Du hast ein Zuhause. Weil Gott dein Papa, dein guter Vater ist. Die Gnade hat dich in seine Gemeinde gerufen, meine Lieben. Wie viele Menschen haben heute keine Gemeinde. Keine Gemeinschaft. Wie viele Menschen gehen von der Gemeinde. Wie viele Menschen wissen besser als jemand anderes und sagen, ja, ich brauche nichts. Ich kann alleine durch. Ich kann es nicht. Gott wird eines Tages nach seiner Gemeinde kommen. Nicht nach Peter und Paul. Nach seiner Gemeinde. Wenn du nicht in der Gemeinde sein willst. Wenn du nicht in der Gemeinde dich einbringst. Die Gnade schenkt uns heute den Zugang zum Herzen Gottes. Die Gnade macht uns frei, diesen Gott, ewig in Gott zu lieben. Die Gnade. Und alles, was wir heute in Gott haben, ist Gnade. Und darum tut es Gott heute in unseren Herzen. Und Paulus sagte damals zu der Philippa. In Philippa 2, Vers 12 und 13. Ich lese mal aus einer anderen Übersetzung. Aber du kannst da mitlesen. Schaut mal. Weil das so ist, meine Lieben. Ihr wart Christus ja immer gehorsam. Nicht nur als ich bei euch war, sondern gerade auch in meiner Abwesenheit. Vollendet euer Heil mit Ehrfurcht und Sorgfalt. Denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen. Und gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Zwei Dinge. Er sagt, Gott bewirkt es in euch, diesen Wunsch zu tun. Wie gesagt, wir konnten nicht einmal sagen, so, jetzt werde ich mal diesen ewigen Gott suchen. Endlich ist die Zeit gekommen, ich bin 90 Jahre alt. Jetzt muss ich anfangen, Gott zu suchen. Meine Frau hat mal eine Frau eingeladen, die sagte zu Gott, nee, ich bin erst 40. Es ist zu früh für mich, Gott zu suchen. Er sagt, weißt du, dass du morgen noch leben wirst? Wenn ich irgendwo alt werde, wenn ich irgendwann, werde ich Gott suchen? Nein, dann kann es sein, dass Gott, Gott das Gnade, dich nicht mehr erreichen kann. Dann sagst du, nee, nee und immer wieder nee zu Gott. Weil das nicht mehr anspricht. Weil da eine feste, wirklich einen festen Grund festgetrampelt wird. Und du sagst, nee, diesen Gott brauche ich nicht. Aber es ist die Gnade, wenn Gott uns heute ruft. Es ist die Gnade, wenn Gott sagt, komm zu mir. Er bewegt das Gute, er bewegt auch das Suchen in uns. Und Paulus sagt, als ihr damals wirklich warret, hat Gott in euch etwas getan. Darum vollendet euer Heil mit Ehrfurcht und Sorgfalt. Vollendet. Das heißt, Gott hat etwas reingelegt in dein, mein Herz, aber es ist nicht gesagt, dass er es auch vollendet wird. Er braucht mein Willen dazu. Er muss mein Willen hören. Sag Jesus, jawohl, ich gehe mit, ich will mit dir gehen. Und darum, das ist von beider Seiten. Einmal wird Gott in unserem Herzen und einmal ist auch meine Entscheidung, mitgehen mit diesem Gott. Meine Entscheidung, ihn zu fürchten. Meine Entscheidung, ihn zu lieben. Meine Entscheidung, ihm zu gehorchen. Meine Entscheidung, die Bibel zu lesen. Wir können sagen, nein, das brauche ich nicht. Gott sagt, okay. Wissen wir, einmal bekehrt, immer bekehrt. Geht nicht. Einmal sich bekehren, heißt, du bist geboren. In das Reich Gottes hinein. Aber jetzt ist der Weg, den wir gehen sollen, den wir gehen müssen. Und das ist wichtig, dass wir immer wieder auf die Stimme Gottes hören und vor ihm Ehrfurchtig leben. Gott will Gemeinschaft mit seinen verlorenen Kindern. Und darum geht er auf der Suche nach dir und nach mir. Und er will uns haben. Er will uns segnen, weil er gute Pläne mit uns hat, mit jedem Einzelnen. Er hat so vieles uns was geschenkt und er will, dass wir das tun. Und gerade ihr junge Menschen, wenn ihr heute das hört, Gott hat einen guten Plan. Wie viele sagen, ich will mein Leben leben. Ich will tun und machen, was ich will. Du bist eines Tages enttäuscht zurückschauen. Enttäuscht zurückschauen und sagen, ich habe mein Leben vergeudet. Ich habe mein Leben vergeudet. Schenke heute und jetzt dein Leben Jesus, damit er in deinem Leben wirken kann. Damit du erkennen kannst, was der Weg, der gute Weg für dich ist. Du wirst sehen, was Gott in deinem Leben tun wird. Wir kommen zum zweiten Punkt. Gott will, Gott wirklich zu kennen, heißt in Ehrfurcht vor ihm zu leben. Wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann heißt es auch in Ehrfurcht ein Leben zu leben. In Psalm 27 spricht David, diesen starken Psalm, wer ihn vielleicht auswendig kennt. Wenn wir in Not geraten, dann lesen wir diesen Psalm 27. Der ist so stark. Schäberlen für dich auf und wenn du Probleme hast, lese da. Da ist so viel Licht, da ist so viel Kraft. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Amen. Selbst wenn ein Heer sich gegen mich gelagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Wow, das ist was, was David damals erlebt. Er kannte diesen Gott. Wenn wir die Geschichte Davids kennen, wissen wir, wie er oft gelebt hat. Wie er oft in Verfolgung, Verdammnis, wirklich von Menschen, von seinem Volk geriet. Oft wollten die ihn wie einen Hund jagen und ihn töten. Aber Gott hat ihn gesalbt. Gott hat ihn zum König gesalbt. Was macht dieser Gott mit diesem David? Warum lässt er so lange leiden? Sogar der eigene Schwiegervater wollen ihn töten. Aber Gott prüft er sein Herz. Und Gott wird dich und mich prüfen, wie wir es meinen. Wenn wir wirklich im Glauben stehen werden, im Glauben Gottes, Gott wird unser Herz prüfen. Bevor er uns etwas anvertrauen wird, wird er mich und dich prüfen, ob wir ehrlich sind, ob wir vertrauenswürdig sind, ob wir treu sind. Und wenn alles um uns kaputt scheinbar geht, er wird uns prüfen. Sag, mein Kind, ich will, wenn du zu diesem Posten kommst oder auf diese Position kommst oder das und das tun für mich wirst, ich will, dass du treu bleibst. Ich will, dass du festhältst an dem, was ich dir vertraut habe. Weil es werden Stürme kommen. Es werden Dinge in deinem Leben kommen. Und wenn du schnell aufgibst, dann wirst du einen Schaden haben. Einen gewaltigen Schaden für dich. Aber ich will, wenn du schon in meinem Leben oder in deinem Leben für mich leben willst, dann, dass du ein treuer Mensch bist. Und darum wird Gott uns prüfen. Wird Gott uns durch manche Schwierigkeiten führen. Und schmerzhaft ist das, wenn die Menschen uns, die uns nahe sind, wirklich nicht verstehen. Und David hat es erlebt. Und er wusste, wusste, wer sein Gott ist. Er wusste, und als dieser Riese Kohlert vor ihm steht und das ganze Volk Israel wirklich abgehauen ist, sagt er, Hey, diesen Unbeschnittenen, Kopf ab, weil mein Gott für uns da ist. Kennen wir vor, der 17-jährige Junge kommt da mit einem Schleuder und sagt, ich will ihn töten. Weil er meinen Gott beschimpft hat. Meinen Gott beschimpft hat. Diese Ehrfuhigung Gottes hat David im Herzen getragen. Und wenn wir in solche Schwierigkeiten heute geraten sind, sind wir auch bereit, wie David aufzustehen und sagen, Tu, ich kenne meinen Gott. Mein Gott hat für mich bezahlt. Ich sollte eigentlich dort hängen. Mein Gott ist für mich ans Kreuz. Mein Gott hat alles gegeben, damit ich heute im Himmel bin. Können wir auch heute aufstehen und sagen, ich kenne meinen Gott. Tut mir leid. Mensch, bitte schweig jetzt, sprich nicht Böses über meinen Gott. Mein Gott hat mir mein Leben gerettet. Und David kannte diesen Gott. Und David wusste, wer sein Gott ist. Er hatte Ehrfurcht von diesem Gott. Du wisst ja, auch eines Tages hat David gesündigt. Schwer gesündigt. Schwer. Aber da war die Ehrfurcht Gottes mehr als alles andere. Ihm war es egal, was die Menschen sagen werden. Ihm war es egal, was der König in Israel getan hat jetzt. Und dass die Menschen hören werden, sehen werden und Generationen danach lesen von diesem komischen David scheinbar, dass er was getan hat. Ja, mir ist es egal. Mir ist wichtig, was Gott über mich jetzt sagt. Er beugte sich von Nathan und sagt, Nathan, ich bin schuldig. Tut mir leid, ja. Saul konnte es nicht. Sauls Ehre war scheinbar größer, wichtiger, vor Menschen zu stehen. Eines Tages sagte er es, Samuel, ehre mich vor Israel. Ehre mich von Allerältesten. Ehre mich. Gott hat es weggetan. Die Ehre vor Menschen ist nichts. Und darum, dieser David, er kannte diesen Gott. Und wenn wir unseren Gott kennen, werden wir ehrfurchtig leben. Die Feinde um uns herum, jeden Tag, die auf uns zukommen, zuströmen, in unseren Problemen, Schwierigkeiten. Das macht uns nichts aus. Amen. Herr ist unser Gott. Wenn die Menschen auch aufstehen, ist es egal. Gott ist mein Gott. Gott ist mein Gott. Wer kann gegen meinen Gott kämpfen? Kannst du mir heute sagen, wer kann gegen deinen Gott kämpfen? Bist du dir sicher? Wirklich sicher? Ja. Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Der dritte Punkt. Gottes Furcht führt uns zur Reinigung. Und das ist sehr wichtig. Dass wir nicht so bleiben, Johann, aber dass wir lernen. Wie kann ich jetzt in dieser Gottesfurcht leben, so damit ich mein Leben, mein Herz, meine Gedanken rein werden? Paulus sagt im 2. Korinther Brief, Kapitel 7, Vers 1. Ich lese mal auch als andere Übersetzung. Weil wir nun solche Verheißungen haben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht oder Ehrfurcht Gottes. Es gibt scheinbar zwei Befleckungen unseres Fleisches, sagt Paulus und unseres Geistes. Wir können unser Fleisch, unser natürliches Leben, das wir heute in dieser Welt erleben, wir können es beflecken. Und das lesen wir in Galater 5, Vers 19, da spricht Paulus zu den Galatern, was eigentlich das Fleisch ist heute. Die Sünden, Eifersucht, Horerei, was noch? Götzendienst, was noch? Lügen, Habgier, Übelnachrichten, so viele Dinge, das verschmutzt unser Leben. Aber es gibt auch Befleckung des Geistes und das geschieht in den Gedanken. Wenn wir über andere einfach nur denken, böse. Wenn wir über andere irgendwelche komische Dinge wirklich auch dann aussprechen, wir beflecken unseren Geist. Wir beflecken unseren Geist. Und dann ist unser Geist nicht mehr das, was Gott eigentlich will. Gott will ein reines Gefäß in uns haben. Und wenn mein Geist rein ist, da kann der Geist Gottes in mir leben. Aber wenn der Geist verschmutzt ist, haben wir oft schon erlebt, bestimmt wenn wir ehrlich sind. Nicht, höre ich plötzlich Gott nicht. Ich bete und Gott hört nicht. Nicht, weil Gott nicht hört, aber weil in meinem Geist etwas ist, etwas hineingeboren ist, wo Gott nicht reinkommen kann. Er wird sich mit dem schmutzigen Gefäß nicht abgeben können. Er will so gerne in mir wohnen. Er will so gerne hier sein. Er will, er hat auch eingenommen, dein und mein Gefäß. Aber wenn wir es verschmutzen, wenn wir bewusst manche Dinge tun, reden, denken, dann kann der Geist Gottes da nicht bleiben. Und nicht wir gehen, sondern hören wir schlecht die Stimme Gottes. Und darum ist es wichtig, dass Paulus sagt, dass wir uns frei machen von jeder Befleckung des Fleisches und nur jeder Befleckung des Geistes. Das ist die Reinigung, das ist die Erfurt. Und wenn du in dieser Erfurt heute leben willst, dann brauchst du Reinigung. Reinigung in allen Dingen, die wir heute wirklich haben. Reinigung. Sind wir heilig in unseren Gedanken? Sind wir heilig auch in unserem Leben? Wie deine Gedanken sind, so ist dein Wandel auch, sagt uns das Wort. Wo meine Gedanken sind, da bin ich. Gottes Furcht führt uns in Liebe zu Gott und zu seiner Gemeinde. Gottes Furcht bringt uns in die Gemeinde. Gottes Furcht führt uns zu denen, die genauso ehrfürchtig vor Gott leben wollen. Und das ist seine Gemeinde. Die einzige Institution auf dieser Erde ist seine Gemeinde. Es gibt nichts anderes. Es ist die Ekklesia, die Gott aus dieser Erde in dieser Welt rausgeholt hat, rausgenommen hat, auf die Seite gestellt hat. Ja, wir sind noch da, aber wir sind nicht von dieser Welt. Das ist seine Gemeinde. Und da will Gott, dass wir uns wirklich da in seine Gemeinde einbringen. Dass wir Liebe zur Gemeinde bekommen. Liebe zu Gott. Wenn wir Liebe zu Gott haben, dann haben wir die Liebe zur Gemeinde. Hast du das auch gewusst? Wenn wir Liebe zu Gott haben, haben wir Liebe zu seiner Gemeinde. Die erste Gemeinde in Israel war vor Gottes Furcht und vor brüderlicher Liebe gekennzeichnet. Das war damals, was die Leute sahen. In Apostelgeschichte 9 lesen wir, 31. So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien, ganz Israel. Und baut er sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Drei Dinge sind mir hier sehr aufgefallen, wie die Gemeinde damals lebte. Das erste, sie baute sich auf. Wie kann eine Gemeinde sich aufbauen, mein Lieben? Wie können wir heute einander aufbauen? Was meinen wir? Die Gemeinde baute sich auf. Durch das Wort. Ermutigung. Durch Gebet. Was noch? Gemeinschaft. Genau das, was die erste Gemeinde getan hat. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 und 43 ist geschrieben. Sie blieben beständig, wissen wir noch, in der Gemeinschaft dann? In der Lehre, im Brotbrechen und in den Gebeten. Die vier Punkte. Und das hat die Gemeinde aufgebaut. Das sind die vier wichtigen Säulen im Gemeindeleben. Gemeinschaft, Brotbrechen, Lehre und Gebeten. Und die Gemeinde baute sich auf. Und wenn das in unserem Leben fehlt, in der Woche, dann fehlt etwas. Wenn die Gemeinde es nicht tut, wenn die Gemeinde nur einmal zusammenkommt am Sonntag und wie ein Club hier etwas tut, soziale Programme startet, wir erbauen uns nicht. Wir werden nicht in diesen Geist hineingeführt. Aber das sind die vier Merkmale oder Grundsäulen in unserem Leben. Wenn das in dieser Woche dir fehlt, Gemeinschaft. Haben wir genug Gemeinschaft in der Woche? Haben wir genug Gebet in der Woche? Haben wir genug die Lehre in der Woche? Haben wir genug Gemeinschaft? Hast du noch vergessen? Lehre, Gebiet, Gemeinschaft und Brotbrechen. Und darauf versuchen wir zweimal in der Woche hier mit im Gebiet Brotbrechen feiern. Das mahlt das Herrn. Das ist so wichtig. So wichtig. Einmal, Leute, manche feiern nur einmal im Monat. Das ist zu wenig, werde ich sagen. Bete. Suche Gott. Suche Gemeinschaft. Und das baut uns auf. Das ist nicht mehr, wir denken, wie die ersten Christen, die waren etwas. Wenn wir das tun werden, ich garantiere dir, dein Leben wird anders. Ich garantiere dir, weil das das Wort ist. Wenn wir unser Leben bauen werden, wir werden aufgebaut, wir werden wachsen, wir werden stark sein in Gott. Das ist die Dinge, die Gott uns gegeben hat. Und wie damals die erste Gemeinde war, sie blieben in Ehrfurcht auch vor Menschen. Menschen, wird gesagt, die fürchten sich, ihnen nahezukommen. Das war ein heiliger Ort, das waren heilige Menschen. Und viele Menschen haben wirklich Respekt gehabt, weil da eine heilige Atmosphäre war. Da hat man nicht gegeneinander gesprochen, nicht verurteilt, nicht verdammt. Da hat man miteinander in Liebe umgegangen. Und das, was heute notwendig ist in der Gemeinde Jesu, das war der Schlüssel zur Erweckung, werde ich sagen. Das war der Schlüssel zur Erweckung. Einfache Dinge, aber die funktionieren heute noch. Wenn wir das tun werden, das wird dein Leben verändern. Wenn wir an diesen vier Punkten ständig bleiben, das Leben wird verändert. Das Leben wird anders. Wir werden Gott suchen. Wir werden ihn fürchten, weil er da uns nahezern wird. Das ist die Antwort auf unsere viele Fragen, die wir versuchen immer wieder Gott zu stellen. Warum kommt kein Durchbruch in meinen Glauben, in meinen Gebeten? Warum schreie ich oft zu Gott und Gott hört mich nicht? Gott hört. Ich will dir nochmal heute sagen, Gott hört. Gott hört jedes Gebet. Gott hört jeden Schrei. Sogar unser Seufzer. Egal, was wir nicht sagen können oft. Gott hört. Aber er kann nicht manchmal das tun, was er gerne tun will. Was er gerne dir geben will. Weil wir können es in unseren unreinen Gefäßen nicht halten. Die Ehrfue Gottes ist oft in unserem Leben zweitrannig geworden. Die Ehrfue Gottes hat nicht mehr viel Platz in unseren Familien, in unserer Gemeinde. Wie es in der ersten Gemeinde war. Er sagt, ja, irgendwie unsere Philosophie oder Theologie heute in unserem Land ist ganz anders. Es gibt eine Bewegung heute, das mich in dieser Woche wieder erschreckt. Es gibt viele Theologen, Professoren, die in dieser Bewegung mit dabei sind und sagen, ja, Christus ist nicht unbedingt vom Amtskreuz gegangen. Es ist nicht unbedingt alles zu glauben, was in der Bibel steht. Es ist nicht unbedingt zu glauben, dass Christus auferstanden ist. Namhafte Theologen, die bringen uns anderes Evangelium heute. Und die Gemeinden werden verwässert. Wir sagen, ja, ist okay. Die Ehrfue, verlieren wir die Ehrfue in unseren Gemeinden, in unserem Leben. Und Gott ruft uns immer zurück, wieder zurück. Fürchte Gott. Fürchte Gott. Ehre ihn. Liebe ihn. Er ist ja damals in der ersten Gemeinde. In der Apostelgeschichte wird uns ein Fall beschrieben. Das bewegt mich immer wieder. Als die Gemeinde zusammenkam, da kam eines Tages ein Ananias. Eines Tages ein Ananias und Sapphira. Und sie haben gesagt, ja, Petrus, wir haben das und das getan. Wir haben ein Haus verkauft, einen Acker verkauft. Und wir haben das gebracht. Er sagt, habt ihr wirklich die Wahrheit gesagt? Er hat nicht die Wahrheit gesagt. Er hat gelogen. Und dieser Mann ist umgekippt. Er ist gestorben. Nur eine Lüge. Und er ist gestorben. Die Ehrfue ich Gottes war so stark in dieser Gemeinde. Nur eine Lüge. Was geschieht heute in unserer Gemeinde? Wir können manchmal lügen. Wir können heucheln. Wir können böse Dinge übereinander reden. Passiert scheinbar nichts. Wir können das tun. Warum? Weil die Ehrfurcht Gottes fehlt. Wenn die Ehrfurcht Gottes so kommt, wie sie kommen sollte, dann werden die Dinge entlarvt, offenbart. Dann werden die Menschen nicht mehr lügen können. Die Menschen nicht mehr heucheln können. Dann würden viele vielleicht gleich umfallen. Wie damals. Aber das fehlt uns heute, mein Lieben. In unserem 21. Jahrhundert ist alles okay geworden. Wir können Gott dienen, wie wir es wollen. Wie wir es meinen. Nein. Gott hat sein Prinzipien reingeschrieben. Wenn wir nicht nach seinem Prinzipien leben werden, kommen wir nicht an. Das ist so einfach. Kommen wir nicht an. Wir haben nicht das erlebt, was Gott eigentlich uns gegeben hat. Und eine von den größten Waffen Satans ist die Angst. Eine von den größten Waffen Satans ist die Angst. Wenn er Menschen Angst eintreibt. Und das haben wir erlebt vor kurzem. In der Zeit der Pandemie. Wie viele Menschen bekamen plötzlich Angst. Aber der Schlüssel zur Salbung unter Graf Christi ist die Ehrfurcht Gottes und die Liebe zu ihm. Und das ist der Schlüssel zur Salbung. Wenn du ein gesalbter Mann oder Frau durch diese Erde gehen willst, dann brauchen wir die Ehrfurcht und die Liebe zu Gottes. Bitte schreib es für dich auf. Zu Hause kannst du es nochmal nachgehen. Die Ehrfurcht Gottes. Ohne die Ehrfurcht Gottes kommt keine Salbung auf uns. Und ohne die Liebe zu Gott werden wir nie die Salbung erleben. Und das sind so wichtige zwei Dinge. Wie kann ich heute in der Ehrfurcht Gottes leben? In meinem Gott dienen. Ich komme zum Schluss. Das Erste. Die Ehrfurcht Gottes kommt durch die Bereitschaft, im Gebet auf ihn zu warten. Ganz praktisch. Wie kann ich heute in dieser Salbung mich bewegen? Salbung haben. Es kommt dann, wenn du Gott, wenn ich Gott suchen werde. Wenn wir Gott auf unseren Knien suchen werden und sagen, Herr, ich lasse dich nicht, denn du segnest mich denn. Ich lasse dich nicht. Ich habe wirklich dich lieb, aber ich brauche dich. Ich komme bitte in mein Leben. Ich habe viele Fragen, aber ich will, dass du mein Leben regierst. Ich will, dass du mein Leben führst. Und dass er dafür, dass er Moses gesagt hat, viele, viele Männer und heute in dieser Welt praktizieren viele Männer und Frauen. dieses Leben. Gott, ich brauche dich. Psalm 86, Vers 11. Weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen ehrfürchte. Weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich in deiner Wahrheit bleibe. Und das, was wir heute brauchen. Und, Herr, zeige mir, ob ich auf dem Weg bin, ob ich auf dem richtigen Weg bin, ob meine Fahrt richtig auf dem, wo ich gehen sollte, da, wirklich, gehe ich richtig noch. Weise mir, Herr, deinen Weg. Das Zweite, die Ehrfue Gottes kommt, wenn wir lernen, in der Stille auf ihn zu hören. Und eine interessante Geschichte aus Apostelgeschichte 10, von einem Mann beschrieben, ein Mann. Er war ein Heide eigentlich, kein Jude. Ein Mann aus der Apostelgeschichte 10. Da ging Petrus, ihr kennt die Geschichte von Cornelius. Da ging Petrus zu den Männern hinab, die von Cornelius zu ihm gesandt worden waren und sprach, Siehe, ich bin der, den ihr sucht. Was ist der Grund für euer Kommen? Sie aber sprachen Cornelius, der Hauptmann, ein griechischer Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, der ein gutes Zeugnis hat bei dem ganzen Volk der Juden, hat von einem heiligen Engel die Weisung erhalten, dich in sein Haus holen zu lassen, um Worte von dir zu hören. Es heißt, er hatte Ausschau gehalten, dieser Cornelius, ein Heide, kein Jude. Er wusste wenig vom Gesetz, aber eins hatte er begriffen. Er braucht diesen Gott Israels. Und er suchte ihn. Und da kommt ein Engel an die Seite und sagt, Cornelius, alles gut. Dein Gebet ist erhört worden und Gott will dir auf deine viele, viele Fragen eine Antwort geben. Da kommt ein Petrus, Simon. Er wird dir alles erzählen und du wirst die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Und wir wissen, dass der erste Heide, Cornelius, mit dem Heiligen Geist getauft worden ist. Der erste Mann, der überhaupt kein Jude war, dem eigentlich die Zusage nicht waren. Aber dieser Mann, warum? Kannst du mir eine Antwort geben? Warum Cornelius? Warum nicht andere? Warum nicht Menschen, die vielleicht noch besser waren? Weil er diese Sehnsucht hatte. Er diese Sehnsucht hatte. Gott, ich will dich haben. Ich will dich sehen. Ich will dich erleben. Ich will von dir wissen, wie soll mein Leben weitergestaltet werden. Und dieser Cornelius hat Gott in die Bibel reingeschrieben. Von diesem Cornelius werden wir einmal im Himmel auch das Zeugnis hören. Er wird auf uns zukommen. Und wir werden erfahren, wie er das da erlebt hat. Weil er diese Furcht Gottes hatte. Weil er die Ehrfurcht von Gott hatte. Und jetzt das Letzte. Die Ehrfurcht Gottes ist die Voraussetzung für den wahren Gottesdienst. Anders brauchen wir nicht hierherkommen. Nein, wenn du keinen Durst und keinen Hunger hast nach Gott, kannst du zu Hause bleiben. Das sage ich ganz ehrlich. Wenn du keinen Durst nach Gott hast, aus Gewohnheit herkommst, brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Wenn du Hunger nach Gott hast, nach mehr von ihm. Wenn dein Herz nach ihm schreit, dann komm. Und wir werden hier miteinander lernen. Du und ich, ich und du. Wie wir diesem Gott dienen können. Er wird kommen bald, meine Lieben. Die Wissenschaftler, die schlagen Alarm, was heute in unserer Welt geschieht. Und die sagen, das ist nicht lange geblieben. Das geht nicht so lange. Und wir wissen, die Bibel sagt uns auch. Aber wenn wir weiter so, gleichgültig durch diese Erde gehen und sagen, meine Lieben, wenn wir keine Ehrfurcht haben, bleibe zu Hause. Kannst du auf dem Sofa liegen bleiben? Ich sage ganz ehrlich. Es ist hart. Das ist die Tatsache. Die Kluge, die kommen. Und sie füllen ihre Lampen mit Öl. Die Klugen, die kommen. Die Tür richten. Die bleiben schlafen. Die schlafen heute. Und ich sage, das ist mir egal. Kannst du zu Hause auch bleiben? Nein, nein, ein Mensch, der Ehrfurcht vor Gott hat, er sucht Gemeinschaft. Er sucht Gottes Wort. Er braucht Gemeinschaft. Appell an dich und an mich. Meine Lieben, wir sind gerecht gesprochen worden, aber das garantieren uns noch nicht. Ein Leben in der Fülle Jesu Christi. Ja, wir sind gerettet, aber das ist noch nicht alles. Wir brauchen mehr von Gott. Wir brauchen jeden Tag aufs Neue seine Gnade. Wir brauchen jeden Tag aufs Neue seinen Geist, der uns füllt. Der uns nahe ist. Ein Leben in der übernatürlichen Kraft Gottes. Und die Salbung Jesu im Leben zu sehen, heißt Gott kennen. Sein Wort leben und Zeit mit ihm verbringen. Wie viel Zeit hast du in der Woche mit ihm verbracht? Ganz ehrliche Frage. Brauchst du mir nicht antworten. Wie viel Zeit hast du mit Gott verbracht? Hast du Zeit für die Bibel gehabt? Einen Tag in der Woche, wenn ich das schon gelesen. Wie viel Zeit hast du im Gebet mit Gott verbracht? Für alles andere haben wir Zeit. Aber für unseren Gott haben wir so wenig Zeit. Aber er hat so viel, was er uns geben will. Er will uns mit seiner Fülle überschütten. Aber wir haben keine Zeit. Tut mir leid, Gott, nicht jetzt. Bitte überprüft eine Woche. Die Ehrfurcht Gottes ist die Liebe zu ihm. Das sind zwei starke geistliche Säulen, die unser geistliches Haus bauen werden. Die Liebe und die Ehrfurcht. Zu dem Haus, in das Christus einziehen und dort seine Herrlichkeit offenbaren kann. Nur so kann Christus in uns sich offenbaren den Menschen. Und die Menschen da draußen brauchen dieses Licht. Und Jesus sagt, ihr seid das Licht. Ihr seid das Licht. Und ihr seid das Hals. Und da draußen, die Menschen suchen, gerade jetzt in diesen Tagen, suchen nach Licht. Und finden die Dunkelheit. Die suchen nach Licht. Die suchen nach etwas. Nach Antworten. Aber die finden die Dunkelheit, die sich breit macht in unserem Leben. Und wenn Christus eingezogen ist in deinem Leben, dann ist es nicht mehr für mich nur persönlich. Dann ist es auch für viele andere, die Gott uns auf den Weg stellt, damit wir für sie da sind. Damit wir ihnen das Licht seiner Liebe geben können. Das ist die Ehrfurcht. Und die Liebe. Das will dir nochmal ans Herz legen. Gott segne dich und fülle dich mit diesem Wollen und mit diesem Seinem vollbringen. Amen. Lass uns bitte aufstehen zum Gebet. Vater im Himmel, wir kommen zu dir wieder im Gebet. Danke für dein Wort. Dass du dein Wort uns schenkst. Dein Wort sagt, und er sandte sein Wort und heilte sie, als sie damals in der Wüste waren. Und viele von uns stehen auch heute in der Wüste oder gehen in der Wüste herum und finden keinen Ausweg. Aber dein Wort sagt, und er sandte sein Wort und heilte sie. Und ich bete, Vater, dass du mein Herz heute prüfst. Und jedes Herz, der vor dir steht, durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist. Eines Habes haben wir verstanden, dass du ein furchtgebietender Gott bist. Und wenn wir auf dich nicht verstehen, Vater, oder dich klein in unserem Herzen machen, oder sogar dich nichtig, wir bitten um Vergebung. Wir tun Puse jetzt, Herr. Aber wenn wir in dieser Woche dir nicht die Ehre gegeben haben und dich nicht von ganzem Herzen gesucht haben, so wie es dein Wort sagt. Aber viele in unseren Dingen verstrickt waren. Nicht verkehrt vielleicht. Aber die Zeit für dich nicht genommen. Du hast gesagt, kaufe die Zeit aus. Denn die Zeit ist böse. Vater, ich bete, dass du heute wieder zu unseren Herzen sprichst ganz offen. Dass wir als deine Kinder deine ehrliche Worte hören können. Und dass du aus uns was machen kannst. In dieser kommenden Woche. Das, was du eigentlich schon längst geplant hast. Dass wir Menschen zum Segen sind. Dass wir Menschen sind, die die Herrlichkeit in uns tragen. Die das Licht einer Liebe tragen. Die Ehrfurt vor dir haben. Es ist gar nicht wichtig, was die Menschen über uns da reden. Die werden immer reden und werden immer noch reden. Das ist ihr Job. Aber wichtig ist für uns, Vater, was du heute redest zu mir. Was du zu uns sagst. Wie du zu uns stehst. Und darum bete ich, Gott. Dass du hier das Herz jetzt prüfst. Du wolltest ehrlich eines Tages dir begegnen. Aber auch heute und jetzt. Ehrlich und voller Ehrfurt vor dir stehen. Darum segne ich mich und jeden Einzelnen jetzt, Herr. Durch deine Gnade. Und das Gute, was du in uns angefangen hast, Vater. Ich wünsche mir so, dass es eines Tages vollendet wird. Mit Herrlichkeit und Kraft. Mit Segen und Freude. Ich danke dir, Vater. Dass ich jetzt die Menschen segnen darf. Die heute vielleicht vor einer Prüfung stehen. Und wissen nicht, was auf sie zukommen wird in dieser kommenden Zeit. Aber, Vater, ich bete, dass sie zu dir kommen jetzt. Und Ehrfurt dich, dich wirklich anschauen. Und dass sie wissen, dass du ihnen nicht vorbeigehst. Dass du so viel für sie vorbereitet hast. So viel Segen. Vater, lass jeden Einzelnen, der zu dir aufschaut, deine Antwort bekommen. Lass jeden Einzelnen, der zu dir schreit, deine Antwort erhalten. Oh, Vater, wir beten dich an und danken dir, dass du hier jeden Einzelnen von uns berührt hast und gesegnet hast. Im Namen von Jesus. Amen. Amen.